Apple hat Fortnite aus dem App Store entfernt. Epic Games verklagt Apple und weil es so lustig ist, auch noch direkt Google. Was zum Teufel ist da passiert? Wer ist hier der Böse? Wer hat die Fehler gemacht? Und worum geht es überhaupt? Spoiler! Es geht um Macht und Geld. Geht's halt immer drum. Und ich weiß, da hinten steht Nerd Factory, aber das ist… ich bin nicht Nerd Factory, aber das ist ein Studio und ich… ich würde es abhängen, aber dann tödelt mich Luke. Okay, damit wir mal einen klaren Blick auf die Situation haben, müssen wir erst einmal klären, was ist überhaupt passiert? Fortnite von Epic Games kennst du selbstverständlich. Und ich gebe dir auch keine neuen Infos, wenn ich sage, es ist auch auf Smartphones das beliebteste Game in der eher jungen Zielgruppe. Fortnite macht auf den Smartphones einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich über diverse Microtransactions und über den Battle Pass. Die Käufe werden über den jeweiligen Store des Betriebssystems durchgeführt – im Fall von iOS also der App Store und bei Google via Play Store. An diesen Verkäufen verdienen Apple und Google natürlich mit. Über die Nutzungsvereinbarung ist auch geklärt, dass die Vertriebswege nicht ausgehebelt werden dürfen. Epic Games hat nun aber in der neuesten Version von Fortnite einen eigenen Bezahldienst implementiert, der das Geld an Apple und Google direkt vorbeischleust und direkt in die eigenen Kassen von Epic Games fließen lässt. Die Käufe über das eigene Bezahlsystem waren dabei auch preiswerter als jene über App Store und Play Store. Als Apple von diesem Vorgehen Wind bekommen hat, haben sie direkt Fortnite aus dem App Store gebannt. Google zog wenige Stunden später nach. Man kann also Fortnite aktuell nicht mehr über einen offiziellen Weg auf den Smartphones beziehen und die beiden Unternehmen haben so direkt eine komplette Plattform für Epic Games gekillt. Epic fühlt sich nun selbstverständlich unfair behandelt und verklagt nun Apple und Google. Zusätzlich mobilisieren sie ihre Fortnite-Community, um eine Art Rebellion gegen das System zu stilisieren. Der Hashtag FreeFortnite wurde ins Leben gerufen und hat innerhalb der ersten Stunden die Twitter-Trends weltweit dominiert. Welches Ziel verfolgt Epic Games? Epic reichte innerhalb weniger Stunden eine Klage gegen Apple ein. Diese Klage ist 60 Seiten lang und sehr detailliert. Epic wusste also, was passieren könnte und war vorbereitet. Man wusste, dass Apple und auch Google das nicht einfach hinnehmen werden. Epic möchte damit eine Aufweichung der Richtlinien auf den Smartphones und Tablets erreichen. In den Augen von Epic sind die Regeln zu strikt. Außerdem kritisiere man die hohe Gewinnmarge von Apple. An jeder Transaktion im App Store verdient Apple 30%. Kauft also jemand ein Game oder nutzt seine Microtransactions, dann fließen von zum Beispiel 20 Euro einfach mal 6 Euro direkt an Apple ab. Das ist, zugegeben, ein echt großer Brocken und auf dem PC- und Konsolenmarkt auch kein gängiger Share mehr. Epic inszeniert sich nun als den großen Retter für alle kleinen Spiele-Publisher und Entwickler, die nicht die Macht haben und nicht den Druck aufbauen können. Epic ist mit dieser Strategie bereits einmal sehr erfolgreich gefahren, und zwar im Duell gegen Steam. Da waren die Voraussetzungen aber auch komplett anders. Epic hat einen eigenen Vertriebsweg aufgebaut mit dem Epic Store. Sie konnten unabhängig von Steam und der Mutterfirma Valve arbeiten. Beim Duell gegen Apple und Google ist es ein bisschen anders. Epic braucht iOS und Android, um ihre Spiele zu vertreiben. Und damit kommen wir dann auch zu der eigentlich wesentlichen Frage. Ist Epic im Recht? Moralisch gesehen, ja, vor allem Apple ist hier gelinde gesagt ein arrogantes Stück. Sie zwingen anderen Herstellern ihre Regeln auf und torpedieren gerne auch neue Konzepte, um wohl die eigenen Produkte zu pushen. Kleines Beispiel diesbezüglich. Vor wenigen Tagen erst hat Apple Microsoft den Game Pass keine Zulassung auf iPhones und iPads ermöglicht. Der Grund? Apple möchte alle Spiele, die veröffentlicht werden, vorher kontrollieren. Microsoft muss also alle Game Pass Titel vorher zur Abnahme zu Apple schicken. Grundsätzlich ergibt diese Regelung zwar Sinn, denn Apple will keine Software im App Store haben, die gegen Gesetze oder Lizenzen verstößt und für die sie dann haftbar gemacht werden könnten. Aber Apple weiß ganz genau, dass ein solcher Fall bei Microsoft nicht eintreten würde, da die selbst ganz genau prüfen müssen und Deals abschließen, welche Spiele wann im Game Pass verfügbar sein werden. Apple will hier einfach nur mitverdienern am Game Pass und ihren eigenen Service Apple Arcade pushen. Moralisch gesehen kann ich also Epic verstehen. Aber Epic kannte die Regeln im App Store. Sie haben diese vertraglich akzeptiert und nun nenn mich gerne altmodisch, aber ein Vertrag ist ein Vertrag. Und wenn ich dich zu mir nach Hause einlade, dann hast du dich an meine Hausregeln zu halten. So absurd die auch sein mögen. Vor allem aber frisst du nicht erst meinen Kühlschrank leer und kackst dann in meine Waschmaschine. True Story übrigens. Ich möchte damit sagen, ja. Apple ist kacke und sie missbrauchen ihre Machtstellung. Okay, wissen wir. Aber Fortnite ist auch durch die Kooperation mit dem App Store so groß geworden und macht nun eigentlich genau das, was sie Apple und Google vorwerfen. Epic missbraucht ihr Standing. Dazu schrecken sie auch nicht zurück, ihre Community zu mobilisieren und vor allem zu instrumentalisieren. Hat also Epic recht? Ja, schon. Aber nur in einer ersten kleinen, kurzen Instanz. In zweiter Instanz muss sich Apple recht geben. Es ist ihre Plattform. Es sind ihre Verträge. Und ob das Macht oder sogar ein Monopol missbraucht seitens Apple und Google ist, das muss jetzt ein Gericht klären. Und vermutlich war genau das auch der Plan von Epic. Also, dass ein Gericht die ganze Nummer mal klärt. Was wir nun in dieser Kolumne fast vergessen hätten… Das Ganze ist ein Duell der drei größten und wichtigsten Tech-Firmen unserer Zeit. Hinter Epic steht – mit knapp unter 50 Prozent – der chinesische Gigant Tencent. Über die Macht von Tencent sollten wir eben nochmal ein Video machen. Aber wenn man es genau nimmt, dann hat Epic hier einen Tech-Team-Partner am Start. Epic hat sich auch garantiert mit seinem großen Anteilseigner abgesprochen. Vielleicht auch gemeinsam die Strategie entwickelt, um die Marktmacht von Apple und Google zu brechen. Sollte Epic in erster Instanz vor Gericht verlieren, Tencent könnte aktiv in den Ring steigen und den Druck auf Apple und Google erhöhen. Zum Beispiel indem Tencent Plattformen und Serviceleistungen, wie zum Beispiel ihrem Messenger WeChat, von ausgewählten Plattformen verbannt. Tencent hat die Macht, das iPhone in China bzw. auf dem asiatischen Markt zu kastrieren. Und theoretisch könnte die Nummer auch noch richtig eskalieren und es könnte alles eine Etage höher gehen. Also die Nummer könnte politisch werden. Das klammern wir jetzt erstmal aus. Aber ganz ehrlich, möglich ist in der aktuellen wilden Zeit dann doch irgendwie alles. Meine optimistische Hoffnung Grundsätzlich würde ich ja nun sagen, es ist immer gut, wenn ein zu mächtiges Unternehmen mal etwas zurechtgestutzt oder vielleicht sogar zerschlagen werden muss. Ein ganz kleiner Teil in mir hofft also, dass sich die drei oder vier Unternehmen nun streiten und sich auf etwas einigen, was tatsächlich eine gute Lösung für uns den Endkunden darstellen könnte. Da glaube ich aber nicht dran. Hier kämpfen drei mächtige Unternehmen um ihre Macht, ihre Stellung in der Branche und um die Kohle. Wer glaubt, dass wir, die User, hier wirklich als Sieger vom Platz gehen könnten, der ist leider sehr naiv. Und ja, damit habe ich mich jetzt auch selbst gedisst, das ist mir klar. Wenn die Marktmacht eines Unternehmens zurück an die Gesellschaft übergeht, dann ist das was sehr, sehr, sehr Gutes. Dies ist aber im aktuellen Fall nahezu ausgeschlossen. Und damit kommen wir dann auch zum ekelhaften Fazit der Nummer. Alle genannten Unternehmen sind auf ihre eigene Art und Weise Macht und Geld geil. Ole! Dafür habt ihr jetzt nicht diese 8-10 Minuten gebraucht. Wir User werden vielleicht viel darüber motzen, aber im Endeffekt dann doch im Herbst in den Apple-Store rennen, das neue iPhone 12 kaufen, dort Fortnite drauf installieren. Ich nicht, ich mag Fortnite nicht, aber ihr versteht. Ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Und wer da die Macht hat, ist uns eigentlich scheißegal. Hauptsache, wir haben unseren Konsum. Und nein, das ist jetzt keine linke Konsumkritik. Davon bin ich meilenweit entfernt als Mensch. Aber Hand aufs Herz. Es ist halt die Wahrheit. Ich mein, ich motze viel über Apple. Das ist mein iPhone. Und ich würde auch wieder zu einem iPhone tendieren. Ich bin Teil des Problems. Seid ihr auch Teil des Problems? Hand aufs Herz. Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt euch eure Meinung zu dieser ganzen Thematik in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, diese Kolumne gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht getan habt und ganz neu auf dem Kanal seid, dann auch ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Damit supportet ihr mich direkt und kriegt mehr von diesen wunderschönen Videos in den Nerdfactory-Set. Hallo Luke! Ich weiß, dass es dein Set, soll auch deins bleiben, Mann.